Musik Eine Kantorin begleitet einfach musikalisch durch die Messe, stimmt Lieder um und gestaltet halt einfach die Messe musikalisch. Das ist ein bisschen ungeboren, auch Musik machen. Das gefällt dann halt einfach singen. Musik Wenn man es in eine Gruppe macht, dann vermittelt das logisch auch ein Gefühl von Gemeinschaft, halbisch nach Schumpere. Musik Jedes Mal, wenn man halt ein Liedl unstimmt und plötzlich mal halt unten drin im Kirchenraum auch alle mitsingen, dann ist das halt ein schöner Moment. Musik 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 Musik